Wie kann ich nun Spielintelligenz richtig vermitteln? Ich muss umdenken. Ich muss spielorientiert trainieren. Das Spiel ist der Mittelpunkt und nicht mehr die Übung. Ich spiele zunächst, dann analysiere ich das Spiel und frage die Spieler, warum habt ihr verloren? Dann sagt der Spieler dem Trainer, ja wir waren in der Abwehr ein bisschen schwach. Das ist das Signal, nach dem Spiel drei oder vier Übungen zur individuellen und gemeinsamen Abwehr anzubieten. Weil dann die Notwendigkeit erkannt wird, einzuüben. Aber wenn ich einübe, ohne dass ich vorher motiviert war, diese Übung durchzuführen, dann ist das natürlich für den jungen Spieler nicht so interessant. Aber er ist sehr interessiert, seine Schwächen durch verschiedene Tabletten, das sind meine Übungen, seine Krankheit zu verbessern und gesund zu werden. Wie ein Arzt, das ist die Diagnose des Spiels. Ich brauche einige Tabletten, einige Korrekturübungen, um seine Leistungsfähigkeit in diesem Spiel zu verbessern. Einüben wird also nur dann als notwendig erkannt, wenn vorher in einem Spiel die Notwendigkeit zum Einüben erkannt worden ist. Nicht der Trainer sollte der Hauptdarsteller sein, sondern der Spieler. Denn der Trainer sollte zurücktreten. Ein guter Trainer lehrt seinen Spielern praktisch gar nichts. Er hilft ihnen nur das zu entdecken, was er beabsichtigt. Oder es gibt auch einen anderen Spruch. Ein Trainer, der viel weiß, gibt wenig Preis. Dann, wenn er wenig Preis gibt, gibt es durch die dauernde Fragestellung ein aktives Lernen des Spielers. Wenn der Spieler aktiv lernt, dann geht die Erfahrung in das Langzeitgedächtnis über. Wenn aber der Spieler Befehle und Instruktionen erhält, dann bleibt das im Kurzzeitgedächtnis. Und morgen oder übermorgen muss der Trainer noch einmal darauf hinweisen und neu instruieren. Warum? Weil es der Spieler vergessen hat. Ich glaube, wir als Trainer im Jugendbereich, wir arbeiten viel zu viel. Wir sollten viel weniger uns anstrengen und sollten den Spielern Probleme stellen, die kindgemäß und auch spielgemäß sind. Die den mentalen und den physischen Fähigkeiten des Kindes entsprechen. Der Trainer sollte Problemsituationen schaffen, in denen die Spieler durch geschickte Fragestellung die Lösung selbst entdecken. Ein Spieler, der läuft, das ist nicht genug. Er muss ständig denken, ständig die Situation analysieren. Und der, der gerade analysiert und denkt und die Informationen prozessiert, der darf das Laufen nicht vergessen. Denn wenn ich nicht laufe, dann kann ich nicht das Spiel gewinnen. Und wenn ich nicht denke, dann kann ich das Spiel auch nicht gewinnen. Fußball zu spielen, ohne zu denken, ist wie auf Tor zu schießen, ohne zu zielen. Ihr werdet nie ein Tor schießen.